hallo meine lieben hier ist natascha mit einer etwas verspäteten wochengestaltung kalenderwoche 7 also eigentlich letzte woche ich muss dazu sagen ich hatte einfach eigentlich keine lust überhaupt mal ein bastelzimmer zu betreten ich hatte also das war meine urlaubswoche beziehungsweise ich bin noch im urlaub und ich habe diese woche jetzt letzte woche tatsächlich überwiegend mit meinem mann verbracht mit unserem sohn gefeiert bzw wir haben halt letzte woche erst mal unseren hochzeitstag am montag gehabt und am samstag war der zwanzigste geburtstag von meinem ältesten sohn und deswegen war das alles so ein bisschen anders aber nicht desto trotz wollte ich das ja schon gerne nachholen und ich habe mich diesmal für die schablone von von honeybee entschieden musste gerade nachgucken wie sie heißt und zwar sind das so unregelmäßige herzchen ein bisschen längliche herzen die ich ja persönlich selber schöner finde und ich habe sie einfach mit dem rest was auf meinem schwarzen pinsel drauf war eingefärbt wir hatten ja die woche davor zusammen dekoriert das war kalenderwoche 6 mit den wunderschönen motiven von cc design mit den sage ich mal wenns dem motiven und ich habe mir gedacht dadurch dass meine anderen stempel jetzt auch da waren dass ich doch die woche die valentinstagswoche doch gerne auch mit mit den neuen motiven gestalten möchte ich habe hier einen text stempel den färbe ich mit memento wo ist das landen vor glaube ich war das erben und stempel das ganze nicht komplett sondern immer so ein teil davon ich benutze auch das was auf dem stempel quasi über bleibt und stempel das auch teilweise mehrmals das heißt ihr könnt die farbe bis zum letzten abdruck eigentlich immer und wieder ansetzen bis dann ist nichts mehr sozusagen vom stempel abgeht da ich meine stempel hilfe nicht versauen möchte benutze ich wieder ein schmierzettel wie ihr seht kann man das auch ohne die stempel hilfe einfach nur drauf legen und abdrücken färbt das ganze dann auch nicht komplett flächig ein sondern nur den bereich wo ich denke denn benutze ich auch jetzt wollte ich dir eine schon weg kommen dann ist mir eingefallen nach ja ich muss ja noch die motive stempeln hat mir wieder meine aquarell reste rausgeholt und zwei etwas größere stücke mehr geschnappt habe mich dann für zwei von den menschen motiven entschieden von der stempel platte moment heute ein bisschen chaotisch bei mir ich werde es auf jeden fall unten in die infobox packen weil irgendwie habe ich dir anscheinend schon wieder so gut weggeräumt habe das ganze mit archival ink hickory smoke gestempelt wie gesagt ich finde gerade ich sag mal diese wenn es den motiven die da würde braun einfach nicht passen schwarz ist mir zu luster also habe ich mich halt hier für grau entschieden wie immer motive oder eure stempel nach der benutzung sauber machen da ich mich irgendwie auch bei dem drehen ablenken lassen habe habe ich auch den text vergessen sauber zu machen da lag noch auf meinem schreibtisch das kommt gleich auch noch ich versuche so viel wie möglich aus meinem papier rauszuholen deswegen stempel ich dann auch relativ am rand ich werde die motive ja später fast randgenau ausschneiden und da brauche ich jetzt nicht mit einem blatt anfangen zu stempeln das wäre absolute verschwendung aus diesem blatt papier kann ich bestimmt noch drei motive rausholen die stempel hatte ich im flohmarkt gekauft die sind gebraucht die waren auch ich sag mal leicht verfärbt was dem abstempeln natürlich nicht schadet nur das ist halt weswegen die stempel schon ein bisschen dreckiger sind hier seht ihr habe ich noch meinen stempel bevor ich ihn weggeräumt habe auch sauber gemacht also manchmal bin auch ich verpeilt aber ich versuche euch das halt ein bisschen nahe zu legen immer auf die pflege eure produkte sozusagen auch zu achten ihr wollt ja länger was von haben ich habe hier von inkadinkadu zwei klingen montierte stempel das heißt sie sind gummi stempel die auf ein smr und schon bereits montiert sind die sind selbst klebend ich habe mir natürlich von der stempel hilfe die schaumstoff einlage rausgenommen dadurch dass die viel höher sind keine clear stems braucht ihr die extra höhe ja nicht habe dafür sticker papier genommen beziehungsweise eigentlich ist das etikettier papier in a4 mal gewesen das ist halt ein reststück und ich stempel die herzchen mit memento das lag noch auf einem schreibtisch vom letzten mal habe jetzt auch sozusagen zweite generation benutzt einmal das heißt zwar mein schwarz einmal in die zweite generation in grau abgestempelt und die werde ich später ausschneiden und dann als sticker für meine wochendeko verwenden dafür eignet sich halt etikettier papier besonders gut weil wenn ihr zum beispiel mit schwarz direkt auf diese seite stempeln würdet kann es durchaus passieren dass das komplett durchfärbt schwarz ist schon so eine krasse farbe dass das papier halt einfach nicht hält beziehungsweise wenn ihr dickeres papier habt könnt ihr das gut durchaus machen meine einlagen sind relativ dünn und creme farben und ich möchte das irgendwie ja vermeiden kann man sagen ich habe hier mir wieder washi tape rausgeholt da habe ich auch überwiegend action aber auch von hemer von von rossmann und wer weiß was ich noch alles ich habe auch früher ich sag mal eine zeit lang habe ich mich geweigert und irgendwann habe ich da angefangen fast alles was ich finden konnte zu holen und zu kaufen habe hier mit schwarz angefangen das ist jetzt so ein grau tun ich reise mir dann immer so ein stück ab und meistens reise ich es auch noch mal in der mitte durch damit ich halt diese gerissene kante habe und ja versuche halt alles miteinander zu kombinieren oft greife ich zu den sachen die eh schon in meiner meiner nähe liegen beziehungsweise auf hier auf der rolle schon sind hat mich halt farblich zu der ganzen wochendeko angepasst so ein bisschen schwarz grau und weiß wie man sieht weiß ist aber nicht wirklich weiß also washi tape ist relativ dünnes papier und das ist fast transparent das heißt auch dieses sage ich mal schwarze bordüre mit herzchen die herzchen da kommt das papier tatsächlich durch das was über ist kann ich mir wegschneiden da hilft es einfach mit der schere am rand entlang zu schnibbeln und das was was ihr nicht braucht und nicht benutzen möchte könnt ihr auch sozusagen mit gutem gewissen entsorgen falls sie zum beispiel probleme habt und bei euch das washi tape nicht richtig klebt könnte das ganze noch mit flüssig kleber oder mit klebestift vorher noch festkleben habe ich dann entschieden auf jeden fall die herzchen auszuschneiden das wollte ich nicht vor der kamera machen das habe ich dann ausgeschaltet und einfach drauf los geschnibbelt um das video einfach nicht unnötig in länge zu ziehen das was natürlich bei mein wochendekos glaube ich am meisten dauert das sind dekolorationen ich sag mal so wochendekos gestalten das basteln allgemein ist halt dann für mich natürlich hätte ich auch aus den zwei motiven zwei karten basteln können aber ähm sind wir mal ehrlich irgendwann hat man genug auf lager an karten was man verschicken könnte und 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 ja und ich ich weiß nicht ich habe spaß daran zu kolorieren wenn ich einfach nur drauf los koloriere und das motiv zur seite lege und das keine verwendung findet ähm ist für mich auch irgendwie da so der sinnen ganzen vorbei gelaufen deswegen versuche ich das irgendwie schon irgendwie zu einem fertigen projekt umzuwandeln beziehungsweise wie jetzt dieses jahr ist das halt der planer das ist das basteln für mich da kann ich mich ausprobieren neue produkte austesten einfach drauf los kolorieren oder 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 ja und ich lass halt einfach die kamera dabei laufen manchmal posiere ich manchmal dauert so ein video zwei drei tage je nachdem wie ich lust und laune habe ich möchte mich halt auch nicht unter stress setzen deswegen kommt auch diese wochendeko viel viel später als sie eigentlich sollte ich habe dann für mich entschieden dass ich einfach abschalten wollte in meiner urlaubszeit ich wollte mehr lesen ich habe tatsächlich auch wieder ein paar von meinen serien beendet und ja so sachen die man normalerweise so aufschiebt bzw die im alltag bisschen untergehen ich wollte auch relativ sage ich mal aufräumen das ganze aufholen und ja ob man da so spaß dran hat ist glaube ich für jeden menschen anders also ich bin kein kein typ der gerne putzt oder ähnliches aber gewisse grundordnung möchte ich schon halten weil da fühle ich mich dann halt sonst unwohl ich habe übrigens angefangen mit wie ihr seht mit distress farben zu kolorieren auf aquarellpapier kann ich damit tatsächlich am besten umgehen also ich habe da echt spaß dran habe jetzt mit braun angefangen und die flamme ist natürlich in gelb und orange habe das eiskalte händchen mit braun angemalt auch ich sag mal die hautfarbe von wednesday die eigentlich relativ blass ist aber ich habe ja zurzeit nur diesen einen braunton zur verfügung und ich wollte jetzt den auch irgendwann auch leer haben deswegen ist auch die ich denke mal es ist eine geige auf jeden fall das musikinstrument was in der hand hält ist eigentlich zumindest in der serie schwarz ich wollte aber nicht komplett wieder das ganze motiv schwarz ausmalen deswegen habe ich mich entschieden okay hautfarbe und die geige werden halt braun bei mir und wenn es selber ihre haare und kleidung ja kommen halt in graustufen beziehungsweise es geht fast in schwarz rein mein schwarz ist leer gewesen deswegen habe ich tatsächlich jetzt das stempelkissen rausgeholt und den einfach auf den acrylblock abgedrückt und kann mir somit die schwarze farbe von da holen und das ganze besser dosieren und das werde ich tatsächlich bis zum ende des videos öfters machen müssen weil wie gesagt das was wednesday trägt ihre haarfarbe es ist überwiegend schwarz und da ich halt das ganze auch mehrmals schichte brauche ich dann doch schon ein bisschen mehr von der farbe aber es ist immer noch viel viel weniger als wenn ich dann so ein tröpfchen auffüllfarbe mir quasi in in meine palette da rein drücken würde und ja ich habe schon erzählt dass ich die gerne leer haben möchte um die wieder aus waschen zu können und neu zu befüllen da in den letzten monaten jahren wie auch immer neue farben dazu gekommen sind meine mädels haben mir einige zum geburtstag zu weihnachten geschenkt und ich möchte gerne halt so viele farben wie möglich auch dann tatsächlich verwenden habe jetzt sogar in den augen das schwarz noch verstärkt also diesen schwarzen punkt im auge ich weiß nicht kommen jetzt auf den namen nicht drauf wortfindungsstörung heute allerdings ist selbst ich sag mal das stärkste schwarz was ich mit dem distress auftrage immer noch relativ transparent man könnte natürlich mit fine liner oder ähnlichem das ganze noch ganz richtig schwarz haben ich wollte das in dem fall tatsächlich nicht und habe das so wie es war belassen da ich beide motive mehr oder weniger parallel oder nacheinander mal ausmalen habe ich dann wie gesagt erst die hautfarbe in braun töne oder ist mit braun koloriert dann das nächste und jetzt wechseln wir halt in schwarze und ja da wird einfach bei den haaren zum beispiel könnt ihr euch richtig austoben also ich komme dann von oben und von unten ziehe ich die farbe in die mitte und die mitte bleibt bei mir weiß das sind dann die highlights und ja bei der koloration mit distress reinkern und aquarellpapier wassertankpinsel lässt sich das meiner meinung nach relativ gut dosieren falls ihr irgendwie dann doch zu weit die farbe rein zieht könnte mit wasser und mit einem stück küchenrolle das ganze wegnehmen wenn euch dann zu viel oder zu intensiv ist und wenn sozusagen der erste anstrich drauf ist und die farbe relativ angetrocknet ist dann könnt ihr dann mit der zweiten schicht anfangen dritte vierte je nachdem wie intensiv schwarz in dem fall ihr das ganze haben wollt und das gibt halt im ganzen auch diese plastizität also wenn ihr das die highlights überlasst das heißt die farbe an der stelle weglasst oder halt auch den schatten intensiviert je dunkler die stelle ist desto tiefer scheint sie dem bild zu verschwinden und gibt zum beispiel beim faltenrock diese diesen effekt ich habe relativ lange an den motiven gesessen obwohl es eigentlich farblich gesehen nicht gerade eine große herausforderung ist also sind ja wirklich nur braun und schwarz aber ich habe das irgendwie ich weiß nicht wie oft übereinander gemalt bis ich dann tatsächlich gesagt habe so jetzt reicht's jetzt bin ich damit zufrieden habe diesmal auch nur mit meinem wassertankpinsel koloriert und habe den feinen pinsel nicht rausgeholt ich meine auch dass ich dann später sogar in die hautfarbe mit dem schwarz reingehe um mir dann das ganze zu startieren dadurch dass das braun zu intensiv war und wenn es ja eigentlich gar nicht ja so braun ist die ist eigentlich eher blass und ich glaube beim letzten mal bei der letzten wochendeko habe ich tatsächlich auch mit grau als hautfarbe auch angefangen mit dem palmstone meine ich da ich diesmal das aber anders gehalten habe habe ich halt ein bisschen improvisieren müssen aber auch das hat gut funktioniert und da ist es ja halt gerade das heißt richtig schwarz ist es nicht aber verdünntes schwarz ist ja dann halt auch ein grau ton und je weniger das ganze verdünnt desto intensiver ist die farbe schwarz die pinselstriche simulieren halt so ein bisschen ich sag mal die struktur des haars und je feiner die linien sind desto ich sag mal realistischer sieht es aus man hätte auch hier zum beispiel bei den haaren auch ruhig mit braun oder mit blau oder lieder mit reingehen können aber ja ich wollte das relativ ich sag mal einfach halten und habe dann tatsächlich mich nur auf die farbe schwarz fixiert nur mit der farbe schwarz angemalt hier habe ich mich auch entschieden das kalte händchen und die hautfarbe von dem zweiten motiv auch mit schwarz beziehungsweise verdünntem schwarz also mit grau mehr oder weniger zu schattieren habe hier auch angefangen die geige so ein bisschen zu schattieren das war glaube ich schon das dritte oder vierte mal dass ich die farbe aufgetragen habe auf mein acryl block weil ich dann doch wirklich sehr viel davon benutzt habe also ich weiß nicht warum aber hier gefällt mir für die frisur von der kleinen nicht so wirklich ja ich weiß nicht es sieht irgendwie zu comic haft aus keine ahnung und das wird wahrscheinlich aber auch erstmal vorerst die letzte wenn es die woche sein ich möchte glaube ich nächste woche mich tatsächlich mit komplett anderen motiven beschäftigen ich bin mal gespannt also wir sind ja schon in der woche acht aktuell das heißt eigentlich bin ich schon wieder überfällig mit der wochen deko aber ja ich habe angefangen meine motive so ein bisschen auszurichten ich habe die vorher natürlich auch ausgeschnitten mit einem brushband von action habe ich auch die wörter hochzeitstag valentinstag und geburtstag plus die 20 davor ausgeschrieben gelettert das habe ich auch wieder auf etikettierpapier gemacht das heißt ich habe ein bisschen schwierigkeiten mit der platzierung mit der größen aufteilung und habe ich mir gedacht ich mache es mir einfach ich fange einfach an und gucke wie lang das wort wird und dann ist es am einfachsten hinterher das auszuschneiden aufzukleben sind ja im grunde dann sticker weil die rückseite ist schon selbstklebend das heißt ihr schreibt was ihr wollt schneidet das so wie ihr wollt mit mit rand oder ohne rand aus und dann habt ihr eure eigenen sticker und dann habe ich angefangen dann die halt zu verteilen wie gesagt montag war unser hochzeitstag mittwoch war valentinstag und am samstag war der geburtstag von unserem ältesten ich hätte es mir natürlich auch einfacher machen können ich hätte das ganze auch am computer schreiben können aber ich habe ich glaube vor zwei jahren als die challenge von create a smile losgegangen ist mit lettering damit angefangen und ich habe da ehrlich gesagt auch spaß dran entwickelt ich bin noch nicht hundertprozentig sicher ob mein pinsel stift so besonders toll ist dass das wie gesagt eins aus dem action set gewesen es funktioniert ihr müsst nur bedenken das etikettier papier ist relativ dünn da müsst ihr halt gucken ob dann der stift nicht ausläuft oder dass das halt halbwegs okay ist die ausgeschnitten motive habe ich jetzt wieder mit doppelseitigem klebeband und mit flüssig kleber auf der rückseite versehen und klebe sie halt auf wo ich sie haben möchte das ganze noch beschweren damit auch der kleber richtig ansetzen kann und das papier halt nicht hoch geht auch immer aufpassen nicht dass ihr für das fallen lasst gucken wo er wo das motiv hin soll genau und dann wieder gewicht drauf und einfach nur ein bisschen ansetzen oder trocknen lassen habe auch die herzchen verwendet und aufgeklebt da habe ich auch die rückseite abgezogen auch querbeet so wird mir das so im moment gefallen hat habe geguckt wo ich platz habe dass das auch nicht zu viel verdeckt so wirklich platz zum schreiben brauche ich eigentlich nicht weil die woche ja für sich an sich schon beendet ist wie gesagt ich habe vor allem viel ausgeschlafen viel gelesen viel zeit für mich gehabt ich glaube das ist auch so wichtig wenn wenn man einen relativ stressigen alltag hat bzw arbeitet man ist mutter man ist hausfrau man ist für viele sachen verantwortlich dann auch mal wenn man urlaub hat auch ein bisschen mehr an sich zu denken das ganze ein bisschen ruhiger zu halten auch mal sachen zu machen die einem tatsächlich spaß machen klar basteln macht mir auch spaß aber basteln das mache ich eigentlich auch so ziemlich immer an meinen freien tagen zwischen den schichten zwischen der arbeit und ja auch zum beispiel einfach nur dieses drauf loslettern ich habe das die letzten sechs wochen zum beispiel gar nicht gemacht und in der siebten woche fällt mir ein ach ja da war ja was könntest du ja auch mal wieder machen ich habe tatsächlich auch beim aufräumen ein lettering buch gefunden zum üben von action ich habe das als die challenge losging vor zwei jahren meine ich war das das buch nicht gefunden als ich das gesucht habe jetzt habe ich es auf meinem schreibtisch liegen und habe mir tatsächlich vorgenommen da auch öfters mal vielleicht auch rein zu gucken und zu üben mit meinem radierbaren fineliner stift wie auch immer habe ich dann jetzt noch die wochentage aufgeschrieben ja und dann sind wir eigentlich auch fertig das ist meine nachträgliche kalenderwoche 7 ich bedanke mich für zuschauen und ich denke mal das nächste video wird dann die kalenderwoche 8 werden ich versuche mich dann dran zu halten dass nicht allzu spät wird und ja wünsche euch noch viel spaß bis zum nächsten video bis dann tschüss so so Untertitelung des ZDF, 2020